Heute geht es zwar um den einseitigen Hypothesentest, einseitig wird das Video aber ganz bestimmt nicht, das versprechen wir euch. Wichtiger Hinweis bevor wir loslegen. Schaut euch vorher unbedingt unser Grundlagenvideo zu Hypothesentests an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da erklären wir alle wichtigen Begriffe nochmal ganz genau, die ihr für dieses Video hier braucht. Habt ihr das gemacht? Gut, dann legen wir jetzt los. Was ist überhaupt ein einseitiger Hypothesentest? Bei einem einseitigen Hypothesentest überprüft ihr eine Hypothese, bei der ihr zeigen wollt, dass etwas größer oder kleiner als eine bestimmte Wahrscheinlichkeit ist. Dabei unterscheidet man zwischen einem links- und einem rechtseitigen Hypothesentest. Der Hypothesentest ist linksseitig, wenn in der Nullhypothese steht, dass die Wahrscheinlichkeit größer gleich einer Wahrscheinlichkeit P0 ist. Und damit steht in der Alternativhypothese, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner als P0 ist. Genau umgekehrt ist es beim rechtseitigen Hypothesentest. Da ist dann bei H0 die Wahrscheinlichkeit kleiner gleich einem Wert P0. Und jetzt gibt's ein wunderschönes Beispiel zur Berechnung des Annahme- und Ablehnungsbereiches. Bei einer alten Maschine waren mindestens 5% der produzierten Teile fehlerhaft. Nun wurde eine neue gekauft und man will überprüfen, ob sie weniger Fehler macht. Dazu werden 1000 Teile produziert und überprüft. Das Signifikanzniveau liegt bei 2,5%. 1. Wie lautet H0 und H1? Naja, was wollen wir denn zeigen? Wir wollen zeigen, dass die neue Maschine weniger Fehler macht. Und genau das, was wir zeigen wollen, schreiben wir ja in die Alternativhypothese. Sie lautet also, es sind weniger als 5% der Teile fehlerhaft. Die Nullhypothese lautet dann, dass 5% oder mehr fehlerhaft sind. 2. Annahme- und Ablehnungsbereich berechnen. So, wie finden wir den heraus? Dazu alle wichtigen Infos aufschreiben. Wir überprüfen 1000 Teile. Das Signifikanzniveau liegt bei 2,5%. Und wir gehen davon aus, dass mindestens 5% fehlerhaft sind. Denn das ist ja unsere Nullhypothese. Zusammengefasst wollen wir also wissen, wie viele Teile dürfen höchstens fehlerhaft sein, damit wir uns zu maximal 2,5% irren, wenn wir H0 ablehnen. Stellt das Video ruhig kurz auf Pause und versteht diesen Satz hier. Der ist wirklich wichtig. Wir berechnen also, wann ist die Wahrscheinlichkeit, das erste Mal unter 2,5%, wenn wir annehmen, dass 5% fehlerhaft sind. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, um das zu berechnen. Entweder ihr probiert im Taschenrechner verschiedene Zahlen aus und findet es so heraus, oder ihr schaut in einer speziellen F-Tabelle nach. Ihr benutzt aber wahrscheinlich alle einen Taschenrechner. Und wenn man das damit macht, dann sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit für höchstens 37 fehlerhafte Teile bei ca. 3% liegt und die für höchstens 36 bei ca. 2,12%. Dort ist die Wahrscheinlichkeit also das erste Mal unter 2,5%. Das bedeutet, unser Ablehnungsbereich liegt bei 36 oder weniger defekten Teilen und der Annahmebereich bei 37 oder mehr defekten Teilen. Haben wir jetzt bei 1000 Teilen, die wir uns anschauen, 36 oder weniger fehlerhafte Teile dabei, dann verwerfen wir H0 und nehmen H1 an. Gehen also davon aus, dass die Maschine weniger Fehler macht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dabei dann irren, liegt bei weniger als 2,5%, weil das ja unser Signifikanzniveau war. Übrigens, warum berechnen wir das für eine Wahrscheinlichkeit von 5%? Die Formulierung war doch, dass mindestens 5% fehlerhaft sind. Ganz einfach, dass genau 5% fehlerhaft sind, ist ja der Fall, der direkt an der Grenze zu H1 liegt. Bei mehr als 5% fehlerhaft würde der Ablehnungsbereich einfach nur nach oben hin größer werden. Das bringt uns aber überhaupt nichts. Beispiel, sagen wir, wir rechnen mit 10% sind fehlerhaft. Dann wäre der Ablehnungsbereich bei 0 bis 81 fehlerhaften Teilen. Stellt euch vor, jetzt sind 50 Teile fehlerhaft. Dann würden wir H0 ablehnen, wüssten aber nur, dass nicht 10% oder mehr Teile fehlerhaft sind. Wir wollen aber ja wissen, dass nicht 5% oder mehr fehlerhaft sind. Und genau deswegen nehmen wir auch die 5% zum Rechnen. Und das war es auch schon. War gar nicht so schwierig, oder? Hier nochmal die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Erstens, H0 und H1 formulieren. Immer dran denken, dass das, was ihr zeigen wollt, in H1 kommt. Und dann berechnet ihr auch schon den Annahme- und Ablehnungsbereich für eure Nullhypothese. Dazu benötigt ihr das Signifikanzniveau, die Anzahl der Durchführung, also in unserem Fall die Anzahl der Teile, die wir überprüfen, und die Wahrscheinlichkeit aus H0. Für die genaue Rechnung einfach nochmal in diesem Video vorbeischauen. Oder ihr schaut im Beispielvideo zum Thema vorbei, da habt ihr dann nochmal eine andere Rechnung. Gut, wenn noch Fragen offen sind, einfach melden. Falls wir euch weiterhelfen konnten, und das hoffen wir sehr, würden wir uns über ein Abo und ein Like von euch freuen. Und wenn ihr Nachhilfe sucht, dann auf jeden Fall mal bei uns auf der Website vorbeischauen. Ciao!